Super! 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 Aus! Du hast immer die Tendenz dann, wenn es nicht klappt, danach so stehen zu bleiben und zurück zu bleiben, ja? Dann hast du später das Problem, dass du irgendwann nur noch stehen musst, ja, weil Behandlung, Hilfe, mach das und dann läufst du wieder los, ja. Und probier trotzdem, mehr hinzugeben, weil wenn du läufst, dann die Schieffahrt fliegt alle ein, wobei eine Person. Okay. Vielleicht hast du da noch die Garten aufgebaut, wenn die Garten aufgebaut hast, oder? Hast du da noch die Garten aufgebaut? Ja. 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 KX. И